ja und herzlich willkommen zurück zu der schien ja auch fortsetzen ja genau ja wir waren in der ersten welt stehen geblieben also haben es geschafft und es geht weiter mission finde drei äpfel und sei der held der eierlinge ja sagt immer fängt thank you ja geht doch geschafft okay das sind achso okay gut hier okay was ist hier eigentlich achso so so ja geschafft ja ja geschafft schon wieder sieben nein ja neun eier geschafft das zweite kapitel ist zu ende du hast die glücksmedaille erhalten na holla wenn das mal nix ist er schafft das ist schön sammle fünf münzen ähhhhh interessant egal Interessant. Nein, ich musste nicht. Ach. Ja. Geschafft. Hm. Interessant. Dich will ich haben. Ja, okay. Ach, verdammt. Ach, ja, okay. Ein Ziel. Ach. Noch wieder okay. Ach. Start. Na, los. das schaffen wir ja geschafft ach wieder ok schön wenn du sein anscheinend interessant man kann auf noten springen so kann man es natürlich auch machen habe ich noch nicht so gesehen was fand man kann wirklich auf noten stehen was ich natürlich nicht gedacht hätte das ist schon abgeschossen hast die glücksmedaille halten warum nur silber diesmal war kein glück ja warum eigentlich nur silber der geist der niedlichkei der geist des geldes geht regiert die welt geht das alles was hält oh hey du hast du genug knete ach du schande ich bin der geist der geld über alles liegt funkel glitzer du siehst komisch aus willst du weiter brauchst du die vier oder mehr glücksmedaillen um heranzukommen musst du meinen preis bezahlen wenn du hier vorbei willst viel schweigel bring 60 münzen nach hause tja ok was kann ich essen ja kriegt man auch mal diese schei geist ach schade okay man 65 was bist du okay haha wo ist es doch ich bin auch so blöd geschafft und noch was was ist der wind sinkt nicht deine ballonfahrt hängt nur davon ab wie die welt sich hält wie die welt sich neigt die macht der schwerkraft lässt keine diskussion zu die 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 Los, los! Ach, verdammt. Aber ich kann doch hoch, oder? Ja, kann ich. Okay. Somit hätten wir alles... Ja, 66. Ich denke mal, 67 hätte man haben können. Du hast die Glücksmedaillen. Ach, man hätte noch viel mehr haben können. Egal. Los, los, los. Ach, verdammt. Egal, warte mal. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt so soll. Interessant. Ja, sie ist you. Könnte man ja auch viel... Interessant, man muss also... Los. 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 Ja, alles eingesammelt. Herz, ich dich will. Geht doch. Ah, okay. Okay. Essen wir erst mal Herzen. Herzen sind immer lecker. Okay. Ich will nicht essen. Ich will nicht haben. Geht doch. Hm. Los, geh nach vorne. Ach, verdammt. Ja, die Münzen kommen einfach mal so zu. Ach. Ihr wollt mich doch. Tja, albern. Nein. In die Richtung will ich. Ach so, der wirft Münzen. Na. So. Nee, andersrum. Andersrum. Nein, keine Bomben. Keine Bomben. Keine Bomben. Keine Bomben. Ach. Hm. Ach. 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 eine Sekunde später interessant man wechselt so immer wusste ich gar nicht dass man wechseln kann bring mir 65 Münze hast du eben gewuchst also wirklich Yoshi das erinnert mich an was der Super Mario Sunshine kennt der wird sicherlich dem wird sicherlich an was erinnern da bin ich mir sicher los los ja geht doch haha geschafft ja okay kann man runter nein man kann nicht runter nein ja kann man da denn gegen machen ich meine man muss doch irgendwie oh kann man nicht wieder ins vorherige Level zurück das ist alles nicht richtig hier das ist diesmal sicher hätte ich nicht gedacht wundert wunder was für künste das doch ach so ja wartet mal kurz na gut ich muss jetzt auch beenden bis zum nächsten mal und schau